so ich würde sagen da geht es runter ne ach ja genau 181 es gibt ein update hier halt ich muss jetzt nicht mehr unbedingt forged drauf haben weil die minimap die ich gerne wieder verwenden möchte ist eine andere und die braucht den lightmode lauder oder so ähnlich heißt das ding sowas haben wir gefunden das interessiert mich da hinten auf jeden fall kann ich dann auf jeden fall jetzt demnächst auf die 1 achter updaten und somit wieder mehrere sachen machen kann auch denn da oben besser die ausrüsten ausdesign nachkommen junge da habe ich keinen bock drauf da scheint wohl ein zugang zum ja ist ein zugang aber einer der mich nicht interessiert so das können wir mitnehmen das ist gold wegen sowas bin ich unter anderem ja auch hier was essen eine kleine höhlenerkundung ich weiß ich mache das jetzt nicht so spannend so wo ist hier was wo ist da was ich weiß jetzt schon ein bisschen darauf auf wenn ich jetzt hier so rede noch mehr gold das interessiert mich da oben das gold holen wir uns gleich ausgeleuchtet das sieht auch geil aus alter verfall da ja springen wir mal ein gold mal weg heller die wald für hast du mich jetzt gerade erschreckt kommst du gar nicht hoch jetzt auch nicht egal so zusammen gehen wir da runter weiter so das eisen das macht aber nichts jetzt kann man hier mal weg machen sind wir schon so tief sind schon auch so tief haltet ihr wald wir sind ja schon auf diamantenebene jetzt schon so tief sind ja ich mache ich so fertig so das eisen können uns auch holen jetzt können wir uns auch noch holen das ist gut den kies packen wir lieber mal weg dafür nehme ich die erde ja gut dass wir jetzt schon so schnell so tief sind hätte ich jetzt nicht gedacht redstone da wer viel mit redstone machen anschein auch schon so ab da wird ja wirklich viel mit redstone machen redstone stadt und so weiter brauche ich jetzt redstone das ist natürlich schön dass wir schon so tief sind also haltet mal die augen auf nach redstone weil das werden wir brauchen da habe ich keinen bock drauf dass mir was entgegenkommt kohle viel kohle redstone redstone ah hätte auch noch schießen können schade so gucken wir mal hoch da kann sogar was entgegenkommen redstone noch mehr redstone das ist schön so behutsam ich weiß gar nicht ob wir jetzt alle redstone aus unserer gegend da schon abgebaut haben ich bezweifle das nämlich weil so viel redstone hatte ich damals nämlich nicht geplant zu verbrauchen hmm gott dass ich hier einen kies sehe ich würde hier im liebsten ganzen kies mitnehmen aber so viel platz habe ich nicht so gold lapis lazuli lapis lazuli das kommt natürlich auch mit aber schönes daraus bauen und später braucht man das auch wenn ich die 1 8 da habe brauche ich die ganzen farbstoffe lapis lazuli moment kurz andere musik anmachen weil das war mir doch zu laut das war mir doch auch Hallo die Waldfee, hier ist ja auch richtig viel los. So. Ich glaube, der wusste, der kannte den Weg schon. Dann musste es also hier irgendwo einen Weg lang gehen. Also ins Gangsystem wollte ich jetzt eigentlich nicht runter. Scheiße. Da steht ein Creeper. Gut, wir gehen auch wieder runter. Weil ich wollte hier ja unbedingt Redstone haben. Gut. Lapis, aber kein Redstone. Nee. Gut, erkunden kann man viel, aber finden tut man nichts. Eisen, das kann man mitnehmen. Hier sind wir hergekommen. Oh. Habe ich schliegen lassen, ist doch gar nicht wirklich schliegen lassen. Redstone. Ha. Ähm. Ja. Astralen. Moment. So. Bin wir da. Bin aber auch gleich weg. Ich muss mir jetzt hier irgendwo eine schöne Stelle suchen. Wo ich jetzt hier mal kurz eingrabe. Und mir hier so gesehen eine kleine Hausung mal kurz mache. So. Hier bin ich sicher, das weiß ich. Das muss ich sicher nicht. So. Tja. Halt. Mach mal anders. Halt. Mach mal mal kurz. So. 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 Das können wir nochmal verwerten. so so alles ruhig alles gut alles klar so ich bin immer kurz hier die aufnahme wir sehen uns ja man ist ja am freitag wieder oder nie gleich ich sehe gerade wie ich habe noch nicht keine zweite folge noch nicht komplett voll wir sehen uns also gleich wieder wenn es dann heißt wir erkunden die höhle weiter bis gleich so da bin ich zurück zu minecraft hier auf meinem channel tintons lp ja ich musste die aufnahme leider unterbrechen ich hätte zwar gesagt dass ich frei habe weil ich nicht mehr zu besuch musste ja gut dafür hat sich das gerade geändert gehabt dafür gab es ein kaffelnkuchen bei mir zu hause also da hat denn als gab es ein alternativpläne gerade die ich nicht kannte gut wollen wir uns mal weiter befassen wir hatten uns hier so eine basis gebaut sehe ich gerade stein immer mal weg alles in ordnung hier draußen ja 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 okay die letzte auch noch nicht allzu lange her jetzt kann ich hier gucken wo ich jetzt gerade her gekommen bin von da wie es aussieht hier war noch versuchen redstone glaube ich hier waren wir schon mal gut ja wir waren noch versuchen redstone ja man nicht gerade unbedingt da würde ich auch mitnehmen wenn ich jetzt hier finden würde aber ich glaube unser hauptaugenmerk war redstone oder geht es hier ja noch oben sich gerade soll jetzt aber nicht unser unser weg sein das können wir mal anders mal in angriff nehmen so es ruckelt aus irgendwelchen unabhängigen gründen da zeigt mir zwar konstant 30 frames an aber er ruckelt doch gewaltig da ist nichts ich gerade eisen gesehen ja da so so ein kerl im parenanzug die guter helm egal müssen was essen jetzt läuft man die ganze zeit und jetzt nennt er nicht nennt er nada nichts das wird dann aber das hole ich mir nicht bestimmt nicht so ich sehe gerade verwirrt aus bin ich schein scheint auch ja nur kurz die kohle hier mit so über uns ist irgendwo was da oben aber die kommt nicht runter das ist gut das war eng ich glaube ich muss mich doch hier rein zwängen das ist etwas was ich jetzt ungern mache weil ich wollte diesem ding hier eigentlich aus dem weg gehen weil das ein bisschen unberechenbar ist das teil weil man kann leider nicht hervor sagen wo die ganzen monster stecken vor allem gibt es hier auch drin kleine spinnen so kleine gift spinnen und auf die habe ich so gar keinen bock aber mir wird nichts anderes übrig bleiben als da lang zu gehen da ist ein creeper da ist gold sehr schön da kommt man nicht runter komm du mir mal her ich habe hier ein schönes schwert für dich wenn ich richtig erinnerung habe und ein creeper damit die natürlich nicht über die wege laufen zumindest nicht so direkt so so kohle lapis das war eine runde lapis das nimm mal mit a gibt es schön xp wenn man es abbaut da war noch was und b kann man dann aus den lapis blöcken was bauen wenn man genug davon hat so ja du mich auch kommst du eigentlich schon wieder her so ich will ja runter habe ich gesagt aber dass das ach hier nächstes gold der mag auch der spainer gehen genau da war ja was so da ist ein lavafall oh wir sind schon in einer neuen Gegend das ist natürlich auch interessant redstone schön mitnehmen das brauchen wir so hier ist nichts mehr schade das kann man mal wegschmeißen das kann man wegschmeißen hmm wirklich ergiebig ist das ding hier aber nicht das scheint höhlenende zu sein das scheint genau hier der schnitt zu sein reicht das nein genau hier ist die wand da ist altes gebiet hier ist neues gebiet buddeln wir uns mal runter mal schauen ob wir was finden ich würde ja lang gehen aber ich weiß ganz genau dass da oben die wand sein muss so was haben wir denn so bei uns kohle kohle eisen gold eine schiene eine schiene brauche ich jetzt nicht oder um geht es weiter da gehen wir natürlich hin dann das ist das ist das ist das ist